Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ihr seht vielleicht schon, ich habe einen anderen Gamertag und zwar habe ich einen neuen Account erstellt und zwar den MegaPlep3000. Ja, das ist jetzt mein neuer Epic-Name, den könnt ihr auch sehr gerne adden. Mit diesem Account werde ich mal mit Abonnenten spielen, habe ich mir überlegt. Das ist aber gar nicht das Thema heute, sondern das ist jetzt wirklich ein Account, mit dem ich jetzt die aller aller ersten Runden eines neuen Accounts spiele. Und wir schauen mal, was passiert. Wir haben hier weder Skins, noch Spitzhacken, noch alles. Wir haben hier nichts, Leute. Und wir schauen einfach mal, was wir für Lobbys finden und wie gut man mit so einem Level 1 Account spielen kann. Ich würde sagen, das könnte ziemlich lustig werden. Let's go. Gut, Leute. Ich würde sagen, der MegaPlep macht sich auf den Weg Richtung Pleasant Park, weil bei PC-Lobbys ist es meistens so, das ist einfach das erste, wo man drüber fliegt. Da steigen einfach alle aus, so. Keine Ahnung, das war jetzt in dem Fall Pleasant. Ja, ich schaue jetzt mal, ob das jetzt hier was wird. Zack, mach mal den Schirm auf. Also natürlich sind wir nicht allein, wir haben die dabei und noch, ja, es sind schon einige. Ich würde sagen, so 10 Leute insgesamt sind bestimmt auf dem Weg zu Pleasant. Das heißt, ich gehe natürlich mit 9 Kills hier raus, Kappa. Spaß. Ich hoffe natürlich, dass wir hier in irgendeiner Form ein bisschen was machen können. So, ist hier eine Chest drin? Ja, ist es. Okay. Natürlich ist er bei mir gelandet, aber ich habe den besseren Winkel auf die Chest und mein Freund. Okay, nice. Okay, Loot mäßig sieht es gut aus. Wir leben auch noch, haben 3 Kills. Dahinten konnte auch immer noch einer runter. Das war echt Plep mäßig gerade. Gut Leute, das war ein stabiler Anfang. Da ist ein Gegner. Okay, man sieht aber direkt, auf keinen Fall sind irgendwie alle komplett bad und machen gar nichts oder so. Schön, schöner Anfang, Freunde. Der hat gut Muni gesaftet, der Typ. Und gut Mads. Ehrenmann. Ehrenmann. Okay, da hinten ist noch Action. Wahrscheinlich geht es auch mit 9 Kills hier raus. Ich will jetzt nicht wie so ein Plep zum Fußballplatz rennen. Okay, das zum Thema Pleps. Ja, Leute, das war es. Schade. Okay, Leute. Der Typ hat mir die Ehre genommen. Wie viele Kills hast du? 2, Digga. Der Typ hat ja absolut krank gespielt, Mann. Guck mal, der hat mich so gelasert einfach. Ah, Mann. So, wie so ein richtiger Plep fliegen wir natürlich auch nach Plep Island. Hier vorne. Digga, hier ist immer was los, Mann. Dieser Kalimiti-Skin. Das ist eigentlich der neue Band, Digga. Das ist ja krass, wie oft der unterwegs ist. Das ist ja wirklich nicht mehr normal, Digga. Ich habe mir jetzt gedacht, wir nehmen jetzt die Waffe hier mit. Hier trifft man immer einen oben. Okay, ein Big-Schild. Sehr lecker. So, einer hat sich jetzt gerade nach oben gebaut. Der ist gerade über mir. Natürlich wieder der Fake-Ban, ist klar. Doch, der ist doch der schlechte Spieler der Welt. Krass, Digga. Ich dachte, der wäre nicht so ultra schlecht. Das hier am meisten nervt ist, man weiß einfach. Man weiß, dass es das noch nicht war. Das hört hier einfach nicht auf. Okay, wir fliegen dann gleich nach Tilted. Hier sind zwei von diesen Dreckswaffen auf dieser Insel. Dieser Halb-Auto-Sniper. Naja, die erste Runde auf Plässen hat er besser angefangen, sag ich jetzt mal. Aber, oh. Ah, meine Shotgun hat er dabei. Sauber. Sauber, Brudi. Dankeschön. Wo hast du sie jetzt hingelegt? Ah, Ehre. Ehre. So. Ich würde sagen, jetzt haben wir genug erstmal. Ein bisschen Zeug, dass wir jetzt Richtung Tilted fliegen können. Den Stuhl hier bauen wir noch ab für 5 Holz. Für 4 Holz. Das Boot für 5 Holz. Oh, super 6. Ja, da habe ich hier die Quersumme war dann doch richtig. Wahrscheinlich Quersumme, oder? Kappa. Richtung Tilted auf der Ideallinie langfliegen. Wird gebongt. So, dann schauen wir doch mal, was in Tilted so abgeht. Ob wir da auf dem Weg noch wen sehen. Oder durch hier drinnen. Dann Tilted dann. Ja, hier unten war auf jeden Fall schon mal wieder Baukampf sein Urgroßvater. Da unten ist auch noch einer. Der hat es auch gerade nicht. Da ist noch einer. Und wo war das jetzt? Ah, okay. Mittelhaus. Okay. Ah, wir haben auch zwei Minis. Okay, den ganzen Root will ich haben. Auf jeden Fall. Der Head glitcht, ja. Seht ihr den Kopf? Uh-oh-oh. Okay. Mein Gott, das hört ja gar nicht auf, Digga. Was ist denn hier los, Mann? Alter, das hört gar nicht auf. Junge, Junge, wo bist du? Irgendwo hier sitzt ein Dude in der Ecke. So, Leute. Ich würde sagen, die ersten beiden Runden waren ein guter Anfang, aber noch kein Win dabei. Das ist natürlich ärgerlich. Deswegen müssen wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie noch gedeichselt kriegen, ja? Gedeichselt. Ich glaube, das sagt man so, oder? Ne? Okay. Da kannst du nichts machen. So, ich glaube, ich flieg. Alter, der Typ ist aber in mir vorbeigebrettert wie, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dass wir die Kiste nicht targeten, sondern die Shotgun auf safer Basis. Die nehme ich, damit sie keinen anderen kriegt, ganz ehrlich. Digga hat mir so die Ehre genommen, ich mein's ernst. Wir haben nie so Angst vor einem Gegner gehabt. Junge, sweatet doch nicht so, Mann. Das ist ja nicht mehr lustig, ohne Scheiß. Guck mal, wie der gesweatet hat, Leute. Ist mal ohne Witz. Egal, Leute. Scheiß drauf. Wir müssen erstmal schauen, dass wir hier irgendwie reinkommen. Ja, solche mit denen will ich öfter mal haben. Alter, Halsmaul. Das ist ja gemeingefährlich, was die hier machen. Okay, mit 150 Leben fühle ich mich mal einigermaßen safe. Eine Sekunde später tot. Normalerweise schon. Okay, Paradise. Auch nicht in der Zone. Aha, das ist gut. Ich glaube nicht, dass ich hier alles schon getötet habe, oder? Nee, hab ich nicht. Okay, da sind zwei. Halt sein Maul. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Guck mal, was die alles auspacken hier, Mann. Wie der Typ challenged, Alter. Das ist ja wirklich krank. Also wirklich, Gegner sind kein Stückchen schlechter, wenn du auf Level 1 suchst. Alle Hoffnungen umsonst. Müssen wir jetzt alles nachladen, aus den Fehlern lernen, ne? Dann haben wir noch ein bisschen Muni her. Jawohl. Ich glaube. So. Wir haben auch ganz guten Loot jetzt. Oh, Mads, 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 Mads. Ich kaufe nicht die Falle von vorhin. Stell dir mal vor, die hat mich geholt. Das meine ich, Leute. Da sagen jetzt die Leute, ich sehe gelangweilt aus. Dabei bin ich dann absolut angespannt, Mann. Ich bin immer angespannt, wenn ich dieses Spiel spiele. Das ist wirklich krass. Warte. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass.